Hallo liebe Klemmersteinfreunde, ich begrüße euch recht herzlich aus dem wunderbaren Süden Deutschlands in meinem kleinen Kellele. Jawohl, das ist das neue Studio, oder wir sollten das neue Studio werden. Und da tue ich euch natürlich recht herzlich zu einem neuen Teil begrüßen. Wie ihr seht, ich bin schon ein bisschen weiter gekommen. Da ist ein Regal dazu, da ist ein Regal dazu. Hier mache ich meine ganzen losen Zeile, die ich natürlich alle noch sortieren werde. Dazu werde ich aber ein extra Video dazu machen. Hier mache ich Sets rein, da auch noch ein paar Sets rein. Und da nehme ich euch jetzt mal ganz einfach mit, um einfach mal ein paar Sets rein. Und ich würde sagen, wir fangen auch mit dem größten Sets an. Das gehört allerdings nicht mir, sondern meiner Lebensgefährtin. So, extra dafür Platz gemacht. Das wunderbare Riesenrad von Mulking. Der eine oder andere hat es schon gesehen. So, wir haben noch ein helles Scheinhaus. Können wir gerade noch vorstellen, was nämlich wunderbar ist. Da können wir hier auch noch etwas hinstellen. Ja, und da würde ich sagen, ich lege auch sofort mit den anderen Sachen los. Und dann sehen wir uns dann auch gleich wieder. Die Vekorie 5 5 6 7 7 8 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.